UNTERTITELUNG Ich rebelliere. Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, Sir. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich zerstören? Wenn du nicht aufhörst zu kämpfen? Was wird das aus dir machen? Was, wenn das nicht aufhörst? Begut du nicht? Wir haben ein Elektrois. Sie sind in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020